Nächste Station, Jüterbock. Meine Damen und Herren, wir möchten, dass weiterhin alle sicher mit der DB reisen können. Das funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln zum Gesundheitsschutz halten. Bitte denken Sie daher an das Tragen einer FFP2-Maske im Zug. Beachten Sie bitte auch die Maskenpflicht an den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Niedergörsdorf. Nächste Station, Blönsdorf. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Zahner. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Zirnigal. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Zirnigal. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Lutherstadt-Wittenberg Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Nächste Station, Jüterbock. Meine Damen und Herren, wir möchten, dass weiterhin alle sicher mit der DB reisen können. Das funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln zum Gesundheitsschutz halten. Bitte denken Sie daher an das Tragen einer FFP2-Maske im Zug. Beachten Sie bitte auch die Maskenpflicht an den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Öner. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Zellendorf. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Linda, Elster. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nächste Station, Holzdorf, Elster. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station, Herzberg, Elster. Nächste Station, Falkenberg, Elster. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Fahrgäste. Untertitelung des ZDF, 2020